so und willkommen zu Minecraft wer hätte das gedacht ich dachte mir sein ist jetzt in die Fachkräfte so schaue ich ziemlich ähnlich aus verblüffend ähnlich einsteiger ich sehe kaum Unterschiede weiß die Grafik engine drin auch die Spitzhacke Echt Far Cry Style okay wir haben kleines Problem ne ich bin genug ich zeige ich gerade irgendwie die dinge mit den dinge verwechselt egal Problem haben wir eigentlich nicht aber irgendwie ein bisschen problematisch ist es trotzdem aber jetzt kein Problem ist scheiß ich kriege gar nix mehr rein boah so jetzt komm nein komm 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 so Alter bleibt doch endlich auf dem Kackding was ist denn das für eine Strömung da kann ich auch noch nicht mehr keinen Fall hat man kann man auch noch nicht mehr hier war die angekommen so ist es Okay, gut, da kann ich mir die Luft holen. Shit. Boah. Was für ein Scheiß ist denn das schon wieder? Boah, Mann. Okay, lass mir's einfach mal so. Ähm, ja. Kann ich mir eigentlich nicht so ganz erklären, wieso das schon wieder so kacke ist. Komm schon, jetzt. Warte, 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 warte. Äh, ja, das ist gerade echt ein bisschen komisch. Ich muss irgendwann mal Luft reinbringen, sonst hab ich... Ich bin gerade anscheinend zu unfähig. Puh. Ach, anscheinend sind die wieder... Ich weiß gar nicht, ob das hier Öl alles ist, oder? Was ist denn geil, was ist alles da? Ach, komm. Mann! Okay, das ist alles so extremst gefährlich, dass ich, glaube ich, die hat bestimmt noch mal drauf. Ich kann hier nicht drauf gehen. Komm schon, komm schon, komm schon! Da funktioniert nicht mehr, jetzt. Nee, 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 nee. Komm schon, komm schon, komm schon! Du kack, einmal lasse ich mich jetzt nicht im Stich. Och, toll! Sehr nice. Ich kann wieder kein Wasser auf einmal nehmen und so. Ich hab hier jetzt einfach nicht... Jetzt kann ich wieder runterspringen. Ich hab hier jetzt ein richtig großes Problem. Also, schön, wir gehen mit anscheinend gleich nochmal drauf, oder so. Nee, jetzt nicht ganz. Haha, ein Sniper. Shit. Unsere ganzen harte levelten Level sind weg. Also, ich frage mich teilweise schon, was ich die... Macher, nicht die Macher, aber... Die Leute, die es gemacht haben, so dabei gedacht haben, weil irgendwie... Das ist bisher ein Gang. Also, ich finde das ziemlich behindert und es... Das hat sich mein nächstes Item aufspielen. Alter. Ein Creeper auch noch. Ja, ich glaube, ich nehme ein Creeper mit nach unten. Ich muss auf alle Fälle ganz, ganz schnell mehr runter. Auch wenn schon fast Selbstmord ist, das Ding mehr runtergehen. Ich muss auf alle Fälle irgendwie jetzt endlich mal... Ich brauche auf alle Fälle einen größeren Luftverrat, oder generell einen Luftverrat. Ich lasse das Ganze zur Orientierung jetzt mal noch so stehen, oder liegen. Okay, dann kam mir noch so halb gut. Ich muss mal alles anziehen und so. Das ist ja auf alle Fälle ziemlich behindert, wenn ich jetzt alles verlieren würde und so. Also, no go. Ah, gut. Das nächste muss ich das Ganze da irgendwo platzieren. Ich lasse das Ganze zur Orientierung jetzt mal noch so stehen, oder liegen. So, und gleich wieder weiter. Hä, ich habe jetzt gerade irgendwie Luft bekommen? Ah, da anscheinend. Ah, ist ja geil. Ah, ist ja geil. Ich kann ruhig als abbauen, schon. So, muss irgendwas wegkauen und dann schon wieder mehr. Haha, was denn? Bestens mal. Na geil. So ist ja gefällig, dass ich dann, wenn ich wieder HP verlierere, kann ich wieder nichts mehr machen. Und steuerbar wieder. Das ist wieder ziemlich behindert gemacht von Minecraft, oder von den Mochan. Zum Glück ist eh so eine Strömung. So. Die Strömung ist schon wieder tödlich. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht anderen drauf und so. Ich muss ja eigentlich nur die Charakter platzieren, das ist schon wieder scheiße. Oh. Na ja, gut. Also auf alle Fälle müssen wir es schaffen. Ich muss mir erst mal alles zurechtlegen. Und so ein Ding. Und so ein Ding. Also ich muss ein und Ding beziehen. Also ich muss ein und Ding beziehen. Und anschließend dann. Ja, bei der Strömung. Bei der Strömung. Bei der Strömung. Da geht es noch nicht. Ich muss jetzt noch mal ein, zwei drauf. Hm. Wo ist das? Wo ist das? Da. Das ist echt zu krank. einfach echt krank, das ist irgendwie so hinzubauen, also wie gesagt, das ist unmöglich na gut so, perfekt, setzt zumindest zum ersten Teil setzt schon mal ich brauchte ob man irgendwie noch eine Luftquelle ein Block, zwei Block die Blöcke habe ich jetzt da zwei sollten dann die richtigen sein das ist wieder mehr so eine Raten ah, Luft, sehr gut so können wir ein bisschen hochbauen super man sieht ja auch scheinbar so hopp ich bin jetzt wieder loll, 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 loll jetzt komm ich da nicht mehr rein ich brauch Luft, ich brauch Luft fuck, 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 fuck ganz, ganz schwer das Ding Schwierigkeitsstufe ähm ja ohne kommentar diese gar keine strömung mehr wenn es ein auftrieb ach hier sieht das luft ich glaube ich muss noch eins runter bauen das war alles dicht ok egal scheinbar sitzt das ganze allerdings da unten und verbunden ach na geil ach na geil also wie wir das ganze dann noch so hinbauen und so ist es ein bisschen fraglich aber ich denke mal wenn wir uns immer wieder über uns dann so einem platzieren genau dann geht das schon auch noch langsam auf das ist echt nervig auch gut und wirklich kommentar ach das Prozent Prozent um 3 und und auch schon durchdruck durchdruck wenn sie sind sie nach der kriegung anfliegt dann war es klaus bis klaus perfekt und die ganzen kreisungsjahr und wir können einfach echt froh sein wenn wir überhaupt unsere Items noch kriegen ich dachte mir das ganze wird eigentlich safe und so aber ne da steht natürlich wieder so ein Kackblock über mir über den Weg versperrt unter Umcampen Creeper so schnell runter 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 da ist was äh Items oh mein Gott oh fuck 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 das ist krank einfach nur krank ich weiß nicht ob was für Items ist es noch viel und so auf alle fährt Platz für neue Items Kappelstone 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 oh mein Gott das schon mal wieder hin und das unsere Kabel oder was, ne unsere Kabel sind da unsere Hounsou ist auch da unsere Rüstung fehlt anscheinend, ok das ist unwichtig das brauchen wir noch und ansonsten eigentlich erstmal nix ich komm nicht mehr rauf oh meine Güte pfff ich bin mir noch von der Flieger umkreist nein, das liegt noch unten, aber anscheinend nix das ist was mit Minecraft das ist was mit Minecraft ok jetzt müssen wir schon nochmal runter bald also wenn irgendwelche Items irgendwie wegfliegen was ist mir jetzt echt egal ne, ich bin einfach froh, wenn ich den ganzen Kacke fertig hab Ok, immerhin schon mal Wasser wieder. Wasser unter den Füßen. Oh, und jetzt Hardcore-Zeitdruck. Noch mehr Zeitdruck erst vorher. Oh, geil. Jetzt war endlich das Cuck-Ting ab. Ich drehe durch, ich drehe durch, ich drehe durch, ich drehe durch. Ok, da funkt sich der Bug wieder. Jetzt fällt mir eine runter. Ok, gleich geschafft. Gleich geschafft. Gleich geschafft. Noch ein paar Meter, ein paar Zentimeter, ein paar Millimeter. In dem wir scheitern, also. wir schaffen es gar nicht Strömung ist doch krank kann ich gar nichts bauen die Rechte ähm ja so wir stehen echt oben nach anderem verreckt man so ich würde eigentlich echt ganz gern ok so funktioniert das anscheinend boah wir haben es geschafft wie geil jetzt müssen wir das ganze nur noch irgendwie dann so oder durchbauen oder ich weiß noch nicht genau einen anderen Pipe vielleicht zu lang bauen ich glaube wir bauen einfach die zwei Pipes nebeneinander beziehungsweise ne ich lasse die eine Pipe weg aber zumindest eine Pipe von der Pipe ich lasse es erstmal so bis morgen und dann